willkommen zurück bei hier na na wie heißt das spiel spellforce 1 natürlich was auch sonst ja wir machen hier weiter und zwar habe ich mir so gedacht wir machen jetzt erstmal hier noch mal so wir warten bis es noch fertig ist sonst machen wir obwohl ich hab mir so gedacht wir bauen mal so eine fischerhütte um schon ein bisschen fleisch anzusammeln einfach um dann halt die möglichkeit zu haben die möglichkeit zu haben ist was später auch unsere einheiten zu erhöhen mal gucken kommen wir dann schon mal eine fischerhütte bauen jagdhaus auch kommen wir können sogar schon ein jagdhaus brauchen das schon mal ganz gut für alle fälle noch hier immer eine fischerhütte oder eine zucht aber keine fischerhütte ja aber meine fischerhütte lieber eine schweine zu was macht eine schweine zucht ein arbeiter das gebäude ist einsatzbereit klingt der nahrungsproduktion heute 150 fischerhütte nur 50 wir bauen erst mal eine fischerhütte erst mal eine fischerhütte weil das ist nämlich ein bisschen billiger na los das gebäude ist einsatzbereit okay wir wollen detektet wir müssen jetzt hier mal da machen von wem wurden wir detektet wirst du gerne von wem wir detektet wurden ich weiß es und ich glaube dass sie nicht von diesen lager kommen sondern dass sie von da unten kommen scheiße okay wir müssen attacken das ist ein hinterhalt die linien müssen halten wir müssen es angehen das ist ein hinterhalt mache fertig das wird nichts kriegt das leider nicht fertig dass das kann ich nicht töten die leute die linien müssen halten also das lager zu groß ist kann ich nicht das ist unmöglich hallo standhalten männer das ist ein hinterhalt das kann ich nicht das geht nicht das das ist gut ja ja arbeite immer nur arbeite schon dabei na los wir brauchen unbedingt noch mir schon ein bisschen Eisen dann würde ich nämlich sagen wir bauen noch, wie heißt das andere Ding hier Schmiede ist was ich bin müde wo sonst ja gut, brauchen wir nochmal Schmiede wir können noch bestimmte Schmiede bauen, oder? ach, eine Schmelze da können wir Eisenproduktionen ja, im Moment, das machen wir erstmal bauen erstmal eine Schmelze hier hin na los das ist glaube ich immer wichtiger, weil umso mehr Eisen wir bekommen, umso besser Wohin? wir machen gleich nochmal eine Schmiede hier einfach auf Märze mittleres Haupthaus Schmiede da unten Krieg? lasst uns lieber Krieg führen da müssen wir nämlich jetzt erstmal, wir müssen eine kleine Armee, also ich würde echt sagen, wir müssen unsere Armee aufbauen, wir müssen einfach hier mal durch, ne? das ist schon, ne? das müssen wir machen vielleicht haben wir schon 70, das ist schon mal gar nicht so schlecht, das läuft erstmal und dann wenn wir ein bisschen mehr Holz haben das ist ein Hinterhalt hinter hin 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 das ist echt ein bisschen gemein, dass wir es da angreifen Wohnenkrieger, zu mir da na 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 so, eine neue Schmiede baut sich langsam auf könnten, oder haben wir, wo es unser kleines Haupthaus, können wir schon mal unsere Armee ein bisschen erhöhen das gebäude ist einsatzbereit ja wir machen gibt mit der schmelze ein wenig mehr eisen wir bauen einmal eisen abbekommen mehr dafür super das läuft schon mal ein produktion ist erhöht das gebäude ist einsatzbereit der ta-ching noch mehr eisen wir kommen einfach dadurch dass einfach nur der typ existiert und wieder eisen drin haben bekommen wir einfach schon mal wieder zehn eisen dazu und schon wieder zehn eisen das ist schon das ist schon ganz geil das heißt wir haben erst mal ein bisschen eisen aus dem vorrat so kommen wir ein bisschen wir haben jetzt die schmiede fertig das heißt wir können jetzt auch die schwerträger waren so ich denke mal wir packen die leute erst mal hier so hin wir bauen erst mal so ein paar da kommt es schon wieder was so ich denke mal wir bauen mal ein ach guck mal das doch wir können dann ja abbauen das heißt nur anders geil das ist gut weil wenn wir das nämlich können dann müssen wir noch dann müssen wir zwar noch andere Gebäude bauen zum beispiel hier zum beispiel hier zum beispiel hier ist ein totem einfacher magier also dann müssen wir noch die schamanenhütte und das haben wir auch alles das ist ja geil auch unbedingt da müssen wir unbedingt noch was bauen für den clan für den clan wo sind die gegner der eiserne clan ja ich habe eigentlich habe ich 1 2 3 4 5 6 7 ist die bauarteschlange lang ja doch ok wundern mich schon her kann das sein dass wenn ich ein produziere zwei rauskommt oder so dafür nähe das ist schon alles korrekt so wir können lernen ja aber dass wir nicht gut das machen wir nämlich jetzt auch auf scheiße unser holz vorrat geht flöten können wir ja noch überall holz abbauen fuck müssen unbedingt gucken die meines ernst wohnenkrieger zu mir die meines ernst hier tut den freund standhalten männer das schon mal ganz gut das schon mal oh ja oh ja macht sie fertig vorsicht gegner wir bauen noch mal ein paar wir bauen noch mal ein paar die hauen schon echt die hauen schon echt rein das machen wir wir bauen noch mal ein paar aber wenn jetzt hier stimmig alle angreifen wir bauen noch mal welche und dann gucken wir auf mein zeichen hell nein das schon so aus das würden die ja jetzt irgendwie schon nach unten gehen wollen das noch nicht das ist schon so früh ja oh ja wir haben schon zwei leute die linie abbauen der handwerker wird auch verstehen ich verarschen auch holz und wenn kann holz nicht existiert bleiben sie entweder stehen oder suchen sich neue holzquellen das problem ist nur wenn die neue holzquelle irgendwo hinter dem lager ist dann habe ich ein problem da unten ist überall bom 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 wird nicht gut vorwärts vorwärts moving moving ja jetzt kommen wir mal aber noch ein paar von denen ah ne da verbrauche ich ja holz also holz brauche ich jetzt echt für gebäude momentan noch äh was brauchen wir denn so so eine der schamanen hütte ist so das all gegenwärtige gebäude was so ganz gut ist wenn wir das haben glaube ich auch seit der 1 ne ja gut dann machen wir die irgendwo hin wo passt das ja hier haben wir hinten noch ganz gut lass uns lieber krieg führen krieg 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 blablabla die meines ernst kämpft Männer die meines ernst macht sie fertig klang wieder zu mir und los ich mag die Orks ähm und gut also es sieht gut aus dass wir da ganz gut Damage reinhauen das Problem ist nur dass wir natürlich auch relativ äh äh ja ich glaube erst mal erst mal sollte sollten wir sollten wir auch so viel eisern wir müssen aber nochmal haben wir ja detected wo wollen wir jetzt diesmal wir wollen wieder da unten detected greift dir an wo 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 he wo ich wo wo h äh ja kliniker problem problem des todes für den augen kranbrüder zu mir für die freiheit ein gegenangriff kranbrüder zu mir auf meinen befehl kranbrüder zu mir mir nach kämpft männer nicht zurückweisen bereit hinterkommen kämpft männer nicht zurückweisen hinterkommen das gebäude ist ansatzbereit die meines ernst schnell sofort gegenangriff hier hat er uns aber vor mir voll aus ohne krieger zu mir machen wir es fertig vor allen dingen what the fuck die leben doch alle wieder der npc hat die alle wieder alle wieder da alle was jetzt alle leben warum auch nicht ja was jetzt wo muss halle wir brauchen mal ein paar stärkere gegner hier äh gegner das habe ich schon lasst uns lieber krieg führen also geht das ja nicht schon dabei was jetzt ja schon gut nein haben wir wieder hier hinterhält standhalten männer vanille leute auf mein kommando nichts ich habe damit natürlich schön viel xp aber das ist auch nicht so ganz geil weil wir diese blöde mit dem bilden turm da wegkriegen wenn das wäre schon das war schon mal anfangen warte mal ich bleib mal hier stehen doch kamikaze ja ja gut dann bleibt man dann 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 die dann macht aber wieder ja das liegt an vorwärts wo wir musik nicht so weit reichen ja will unbedingt die meine wir machen ja hier erfahrungen ja ich will ja unbedingt das ist ein hinterheit wir werden auf mein zeichen nicht zurückweichen vielleicht sollten wir zurückweichen wir weichen zurück zurück ich will also türme bauen ja perfekt ja laufs ach man wir sind doch alle die wochen übrigens auch ein nahrungslager wenn wir als leute nicht mehr vorwärts es wäre nichts bereit und los brauchen einen fucking nahrungslager bereit damit wir regenerieren jetzt machen wir das mal nahrungslager wo können wir denn hier ein nahrungslager bauen 140 holz ja komm was haben wir dann regenerieren wird nämlich auch oh trommler wie viel enden hier haben wir denn 400 oh das ist ja ganz gut blutheiligtum hey wieso haben wir noch kein blutheiligtum kann man das niemand mal sagen ein mittleres haupthaus brauchen ok heute noch mal glück gehabt mittleres haupthaus 200 holz brauchst du mir mal das mittlere haupthaus was auf mein kommando ach so ja die können jetzt trommel 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 op angriff trommel ist das nicht so ist das nicht so was ich gucke noch mal kurz ja ich kann ja sowieso nicht verbauen weil ich habe das einhalten damit leider reicht aber noch mal hier die trommel können trägt ein 1 ja auch damit kampf fälligkeit verstärkt mit seiner musik kampf stärke deine kanz das heißt das ist im endeffekt im berserk mode ähm den wir da haben das ist schon mal nicht schlecht so die das ist glaube ich das nahrungslager ne das dauert ein bisschen dauert ein bisschen aber ich sag mal so wir können uns gut verteidigen jetzt erstmal gegen diese kack gegen den kackbereich hier unten und dann raschen wir die nieder würde ich sagen wenn wir dann erstmal eine stärke eine gute stärke haben dann sind die schon mal weg weil die nerven uns das momentan gerade echt extrem so wie ist denn aus mit wo sind jemanden erst und aus 300 ja ist so knapp ich war ich glaube ja also ich warte noch mal kurz wie drei erreicht haben dann erhöhen wir das nämlich noch mal klappt so ein paar trommel ein paar trommel wäre schon was denn die wow verbesserung ist fertiggestellt okay die holzfäller haken keine holz mehr scheiße das gebäude ist einsatzbereit ja wenn die trommel wenn die wenn die trommel trommeln dann wächst vielleicht kein gras mehr das echt so und jetzt habe ich ja auch das nahrungslager das heißt unsere einheiten regenerieren auch wieder leben da gibt es mich auch lange wieder runter 18 da hat irgendeiner wieder hier gefressen und so weiter und sofort ne sieht es aus ja okay dann müssen wir so langsam würde ich mal sagen wenn wir gleich die folge übrigens das ist ja so wenn dann weiß ich denke mal wir müssen jetzt auch langsam mal hier so ein und 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 das wird Schauen wir mal Also, bis zum nächsten Mal, Leute Haut rein